hey guys willkommen zurück zu einer neuen folge 7 days to die us uk wo war ein schönes wetter haben am frühen morgen na ja wir sind ja noch drin alles gut was habe ich gemacht ja ich habe hier über nacht hier mal die die den aufgang hier endlich das wollte ich die ganze zeit gemacht haben hier mit beton aufgefüllt also da kommt jetzt wirklich keiner so schnell hoch über diese leitern dann habe ich noch irgendwas gemacht das ding kann weg und gucke da da haben wir sogar ein bisschen müll das geht wandert direkt hier rein da will ich mich gar nicht lang mit aufhalten womit will ich mich aufhalten ja hier läuft immer noch zement jeweils durch hier habe ich mal angefangen noch ein paar sachen hier vorzubereiten die station und die schematic bench weil die schematic bench die benutzen diese teile hier und darüber können wir dann unsere fehlenden sachen wie soweit ich hier dieses hat dieses ding brauchen wir später für die sache für die questreihe für die medizin questreihe brauchen wir die unbedingt ihr seht wir können dann alles basteln was war also an hd sachen was wir nicht haben so hier läuft noch so ein bisschen ein bisschen zeug rein hier ist nichts los gerade dann könnte ich mal wir haben hier wieder 10 in barren silber anschweißen wer kann ein durchlaufen so und wir gehen dann mal ein bisschen spielen haben wir hier irgendwas was wir brauchen unbedingt das gehe so gut haben wir uns zwei stück essen haben wir näher alles gut alles gut los geht's auch ja wie gesagt ich habe hier die tür ausgetauscht aus zwei einzeln habe ich eine doppeltür gemacht nächste steigung werden die beiden hier seien da kommt da kommen stahlklappen hin dass wir da ruhe haben weil dies nur ein polizist hier vorne vor der tür zu stehen und meine zwei bäcker kriegen die nicht schnell genug klein damals bumm und dann sind sehr wahrscheinlich die klappen weg deswegen kommen da stahlklappen hin so wo müssen wir hin wie zu säubern und liefern holen das dürfte weniger das bläben sein juhu und der ist groß der war aber groß gerade dieser junge mann da habe ich mich gerade ein bisschen erschreckt habe ich angst bleib du weg bleib du schön da hinten bleib du schön da hinten da bist du genau richtig und komm uns hier nicht in die quere ich will dich hier nicht haben junger mann das war erfolgreich gelootet direkt auch mal wegpacken aus den augen aus dem sinn so wir müssen dann wohl hier noch oben denke ich mal wenn wir den von hier aus anlocken und dann ja wir können anlocken zumindest sprach das ist schon mal gut wir können den anlocken ja dann kommen wir hier bin ich dicker jetzt bist du nicht mehr so groß ne dann können wir hier weitermachen in ruhe ja ich dachte mir bevor der mir in den rücken fällt bevor der mir in den rücken fällt da hatte ich ja gar keinen bock drauf so warte mal warte renate ab in wir nein hier muss ich hin haben wir dieses buch ja haben wir haben wir haben dieses buch ja aber wenigstens glücklicherweise leidet sich kein feuer hier aus da hatte ich gerade so ein bisschen miese flashbacks und der age of oblivion mod da hatte ich nämlich mein erstes haus mit so eine aktion verbrannt das war das erste mal dass ich die erfahrung gemacht hat wenn da alle brennbar ist und eine landmine explodiert haben wir ein problem rein da die bücher nämlich mit was haben wir ab sticks shotguns da guckst du dumm da guckt der dumm der junge mann da guckst du dumm liegt da ans zecken die der alte stahlteile jemand zu in röckchen was soll ich denn im rock machst die tür aufstehen da kisten im weg und na super was ist das hier für ein messi haushalt was ist hier eines gemähtics demo kloppt sich jemand den weg frei oder ist ja schon da ist ja schon und liegt denn da haben wir wir haben er geht doch schön fords shotguns wiring sehr gut generate incoming irgendwann mal 28 dauert noch weil hier muss gleich somit da du musst du somit ist nicht ziel oder mit die ruhig hier ich mach doch mal hier die türe auf was ist das war ein junkies kill mehr gesehen ok ok der sind es immer gut die was hinten dran ja einmal hier um die kurve hier müssen welche kommen sag ich doch gut denn auch hier ja da helfe ich mal mit zeig dein köpfchen danke so da habe ich aber was klimpern gehört gerade er hat mir was mitgebracht der junge mann wünschen uns doch mal hier durch neben die beute mit gibst du vielleicht die beute mal her die gehört mir ich habe es mal wieder geschafft zack 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 hier ist nichts ich schlänge mich durch die kleinsten ecken liebe leute nix ist vor mir sicher natürlich fühle ich sicher digger natürlich fühle ich seien ihr da dann da haben wir alles hier geht nur die türe raus hier geht es nur raus durchgeladen haben auch dass er die reingekommen hier sei die eine kommen wird da schauen wir doch mal machen wir hier doch mal zu wieder dann machen wir jedoch wieder mal zu habe ich gesagt habe ich holz dabei eigentlich werde ich gleich sehen ich hatte holz dabei und oben kamen wir genau da geht es runter und jetzt mal weiter wenn wir da draußen mit dem man aktiv ist doch hier drin ist dann doch hier drin gewesen mach mal danke 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 anke bitte brigitte dort mal hier noch irgendwas hier noch irgendwas damit sagst du ein nägelchen ein paar fässer fässer sind ok nehme ich fässer sind ok nehme ich mit die bringe schön messing und schießpulver komm ran was ist denn da draußen wieder los müsst ihr mir auf den sack gehen eine hunde horde interessant da muss ich mass dagegen tun da muss ich mit spielen das bringt das bringt fleisch das bringt fleisch das bringt fleisch aha und alle schön hierher intelligent nächster bitte ja dann kommt doch auch ran jetzt lenkt er mich ab und bringt dich von meinem weg ab und dann wollte er nicht war ja klar du kleiner penner du kleiner penner zuerst wochenlang nicht um die ecke kommen aber dann ne dann geht mir doch nicht auf den sack dann geht mir doch bitte nicht auf den sack warum macht ihr zuerst so einen aufstand und dann dann kommt ihr nicht das ist so typisch für euch das ist so typisch für die erst machen sie draußen vor der tür den dicken und dann wenn sie was machen wenn sie sich wehren könnten dann wollen sie plötzlich nicht mehr das ist so typisch für die ich höre es traut euch jetzt doch her ja das ist schon wieder so typisch wenn ich auf euch warte da traut da kommen sie nicht da an ziehen sie den schwanz zwischen die beine und gehen laufen ne aber kaum wende ich mich ab und wenn die mich anderen sachen zu da wollen sie dann eine auf den dicken machen das sind mir die richtigen ihr seid mir die richtigen ihr seid mir wirklich die richtigen arschlöcher aber ist in ordnung ist in ordnung kann ich mit um da kann ich mit um wir gehen hier rein wir gehen hier rein schauen wir mal was auf uns wartet hier 1,2 hier noch einer da noch einer ich sehe auch schon wir haben das ist mir aber letztes mal ja nicht aufgefallen warum habt ihr ja nichts gesagt wir sind ja krank wir haben ja schon wieder die Tollwut Rabies Rabies ist glaube ich Tollwut ich meine Rabies wäre Tollwut war hier irgendwas nö hier nö nö ja sehr schön das hat sich doch gelohnt 4er arme wir haben nur die 2er das hat sich direkt gelohnt so wird auch direkt verbastelt das ist das schön da noch mehr rein nein da noch einen rein das mächt nix das mächt nix das wird repariert dann kommen direkt 2 Dinger rein und dann können die nein nicht tragen verändern zack und zack geht da rein dann ist das ganze direkt mehr wert wir haben wieder mehr Platz im Rucksäckchen all dieweil ich sehe gerade und es fehlt aber noch jemand uns fehlt aber noch jemand wird mir angezeigt zeigt. Ach ja, wo fehlt's? Wo fehlt's? Oben. Neun Meter in die Richtung nach Oben. Kleiner Wichser. Du kleiner Wichser, du. Oben sind Bücher, die will ich haben. Die Bücher möchte ich haben, auch wenn's nur Tools und Messer sind, die Bücher möchte ich haben. Wenn ich etwas sammle, wo sind jetzt die... die Vorgeräte? Sind die? Irgendwas vergessen? Ist mir ernst, hab ich irgendwo was vergessen? Muss ja wohl. Ich muss hier was vergessen haben, geht ja nicht anders. Jetzt sind sie wieder weiter unten. Kein Plan. Keinen Plan. Wo bin ich? Sehr viel Holz. Aber ich weiß nicht, wo ich bin. Hier. Ich bin aber auch manchmal blind. Leute, ganz ehrlich. Geschieht mir dann ganz recht, wenn ich suchen muss. Mal hier noch welche. Wenn die schon Horde schicken, dann erkenne ich die Horde auch an und führe mich um die Horde. Hört mich so völlig normal. Das macht ein guter Seven Days Spieler so. Obwohl ich normal eigentlich Wölfe mag, sind schöne Tiere. andere. Aber nicht hier in diesem Game. Da haben wir schon das eine oder andere Mal in den Hintern gebissen, die Assis. So. Einmal. Zweimal. Wart ihr jetzt der Rest vom Schützenfest? Oder? Da ist noch einer. Da ist noch einer gewesen. Da ist noch einiges an Fleisch wiedergebracht. Und einiges an Leder. Aha, Modi. Da guckst du. Du dumm, ne? Ups. Vorbeigeschleunen. Da hat sie dumm geguckt, die Modi. Oh. 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 Wo? 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 West. Nordwest. Oh. So. Zwei Drops nebeneinander. So. Die holen. Leute. Ja. Bei Gelegenheit. Jetzt erst mal hier. Mutti. Ich bin da. Na. 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 Das Ganze kleiner werden. Das braucht ich nicht. Irgendwas. Also ein, zwei Sachen zu verkaufen sind dabei. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Neun Millimeter. Ne. Brauchen wir alles nicht. Wir brauchen Zeitschriften. Aufgaben. Abholen. Das Husky-Männer. Das ist hier. Das Husky-Männer. Beim nächsten Mal. Bei die nächste Mal. Das geht weg. Das kann weg. Das. Lala. Das kann gehen. Flackrigsteile. Stahl. Schlag. Die Ringsteile. Stotter nicht so rum. Sehr gut. Können wir gut gebrauchen. Sehr, sehr neig. Aber was haben wir hier? Ja. Hitters. Bogen. Und Bulls. Ich hätte eher auf Medix gehofft. Aber ja. Man kann nicht alles an. Da sind noch zwei Medix. Zweimal Pfisten. Verbandskasten. Wir kommen weiter. Sehr geil. Sehr geil. Bildlandschätze. Sonst nichts mehr da. Nein. Messbecher. Bla. Brauchen wir nicht. Lebensmedel. Hast du auch nichts. Mumpeln. Ja. Nimmst du die mit. Ja. Sonst was? Nö. Nö. Sonst ist da nichts. Nickes. Aber. Ja. Aber. Für unsere. Für unsere. Was. Okay. Wir haben was für unsere Orderbase. Liebe Leute. Von heute. Das ist sehr schön. So. Wo ist. Wo ist. Zuhause. Bin ich ins Haus. Ach da um die Kurve. Da um die Kurve. Ah ja. Da sind wir. Da sind wir. Da sind wir. So. Dann machen wir einmal die Taschen leer hier rein. So. Lass mal gucken. Hier ist abholen. Hier ist drop. Hier ist drop. Handelsboden öffnen. Ja. Wir machen das folgendermaßen jetzt. Ich fahre hier hin. War hier noch was zum verkaufen. Ja. Die beiden. Die nimmst du mit. Und dann hattest du hier was zum verkaufen. Das nimmst du auch mit. Jo. So. Dann fahren wir nämlich das Eisen hier holen. Hier oben. Das brauchen wir. Gleich finden wir nochmal so ein Eisen. Und wir fahren die Handelsboden auch öffnen. Das machen wir heute noch. War natürlich wieder super intelligent was ich gemacht habe. All dieweil. Hier war mal irgendwann. Eisen. Das habe ich schon abgebaut. Schon längst nicht. Äh. Na gut. Dann fahren wir jetzt hier mal durch die. Da ist doch schon wieder was. Da ist doch schon wieder was. Sehr gut. Hier war auch irgendwo einer. Sag ich doch. Dann war das ja doch nicht so schlecht hierher zu fahren. Dann war das doch alles richtig. Weil wir brauchen dieses Roheisen um die eine Klassenquest abzuschließen. Das ist glaube ich Bilder. Ja. Ich höre was knistern. Da ist wieder einer. Unterstrumpen. Aber wenn wir dann noch so einen finden. Wir haben 500 zu Hause. Wir brauchen 1500. Wir brauchen noch so einen Peil. Zwei sogar. Hä. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö das war man noch so ein genau kommt ihr mal schön hier einmal gebe zweimal hier aufs maul und dann sind wir hier schon bei der zweiten gen angelangt angekommen haben wir hier irgendwas nein natürlich nicht ich glaube wir brauchen an das ein ich bin mir erst nicht sicher ich glaube wir brauchen wir glauben das nächste oder müßlich weise nicht mehr ob jemand durch jetzt glaube ich auch noch nicht alles ja diese baumwollsamen die ganz aber behalten die baumwollsamen kannst aber behalten die möchte ich kaffee und so alles gut nehme ich aber keine baumwollsamen haben wir dich geplündert ne noch nicht erinnern wir haben dich noch nicht geplündert aber das jetzt medizin ach ja genau verbandskästen können wir sie können verbandskästen wir kommen ein bisschen weiter wieder zerlegen lesen halt das finde ich schön dass wir hier ein autobuch auch nicht schlecht dass wir hier unsere freundin ein wenig plündern können das ist schon ganz witzig stre最近 spiel aus Tamara stomach day going und 1 4 5 und zum abschluss schieße steht noch in den korb und hier genauso schön zum abschluss und dann gucken wir mal was wir, was wir gekriegt haben jetzt. So, zwei Kochbücher, einmal Rüstung, zweimal Fahrzeuge, wie gesagt Forge Ahead, damit sind wir durch. Das ist sehr schön. Ja, da können wir noch ein bisschen was verticken. Auswählen, danke. So, das, 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 and this, and this. Ja, war doch ein bisschen was, war doch ein bisschen was. Medizin brauchen wir nicht, Knifeke, ich habe Sticks. Wir bräuchten jetzt, müsste jetzt, glaube ich, hier mit dem Henker weitergehen. Das wäre hier, dass wir hier die besseren Bücher finden. So, einmal durchgucken. Hast du was gegen Rabies? Natürlich nicht. Für Essen hat sie nichts. Also hat sie schon, aber nichts Brauchbares. Brauchen wir nicht. Hier hat man, glaube ich, durchgucken. Fists. Ja, doch, die Fists nehme ich mit. Den Rest brauchen wir nicht. Den Rest brauchen wir nicht. Bildschiefer. Hast du auch keine Stahlschlagringteile? Ach, da ist noch mal ein paar Mumpeln. Das ist okay so, die nehme ich mit. Und ansonsten. Wahre ist das. Danke, bitte, auf Wiedergesehen. So. Das Eisen hier, das können wir löschen. Das brauchen wir nicht mehr. Ja, wir gucken mal nach den Drops hier noch. Ja, das ist zwar hier kein Eisen, aber können wir auch gut gebrauen. Können wir auch gut gebrauen. Dem Blei nehme ich. Den nehme ich. Den nehme ich mit. Komm, guckt der dumm. Weg vom Moped. Dinge weg vom Moped. Das gehört nicht dir. So, und dann hat er auch noch Fürst, der junge Mann. Und Richter was. Wenn er Durst hat, Richter was zu bringen können, ist ja vollkommen klar. Dann kannst du hier mal die zwei verbrannte Koteletts, die ganze dann noch, dir einverleiben. Gucken wir direkt mal nach den listigen Anleitungen. Wo haben wir den einen hier schon geholt, Leute? Hat er den einen hier schon geholt? Ja, sieht so aus. Sieht so aus, den einen haben wir schon geholt. Wir können dann weg. Dann holen wir uns jetzt noch den anderen hier. Da war nämlich noch einer. La, la, la. Einer ist hier noch. Einer ist hier noch. Wo ist der gelandet? Der ist hier bei Crazy gelandet. Der ist hier bei Crazy gelandet, der Kleine. Kann man doch nicht mehr in Ruhe sein Zeug holen. Und muss da sich schon wieder mit anderen rumbrübeln. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Komm schon, Diddle Joe. Nein, ich wollte doch hier. Dich wollte ich haben. Und der Drop ist da oben gelandet. Bin ich mal gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ein hammer noch wo ist der rucksack der rucksack ist hier runtergefallen gut gut und tschüss und weg home sweet home home sweet wir machen das wie immer deswegen habe ich das ding aufgebaut ab hier wird reingeballert alles dann holen wir noch den rest vom spitzenfest hier unten räumen tue ich wieder nachts geht mir darum sagt aber wir müssten hier genau wir haben die zwei bänke fertig sehr schön so das heißt ich will hier die einen hier haben obwohl wohl warte mal warte mal genau die passt hierhin da ist die schematic bank dass wir damit wir dings herstellen können die schematic aber wo klopft denn jetzt hier schon wieder so ein depp ist mir auf den sack junger mann dieses rumgeklopfe hier immer das nervt nämlich so nämlich so jetzt haben wir hier wieder zwei bänke stehen das ist sehr geil die beiden sind leer sehr schön 2000 das ist sehr geil warte mal müssen wir noch hier mal irgendwo eine kiste führen ja egal wir haben ihn noch 38 minuten zu leben aber das ist in ordnung wir sind aber am ende dieser folge jetzt angekommen liebe leute wenn es euch gefallen hat dann lasst doch bitte ja immer so schön wir betteln um abos nein wenn sich gefallen hat aber nur dann haut auf den like button smash den abo button würde ich mich sehr darüber freuen wenn nicht ist das auch okay mir geht es vor allen dingen darum euch zu unterhalten wenn ihr spaß hattet dann ist das auch schon wieder irgendwo für mich geil dann ist das für mich geil ob ihr es glaubt oder nicht ist es wirklich so sorgen in diesen warmen worten verabschiede ich mich von euch für heute von euch für heute nicht für euch von heute ich kann man ja nicht reden ja ich verabschiede mich von euch würde ich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder einschaltet bei der nächsten folge 7 days to die us okay und bis dahin bleibt so schön passt auf euch auf bleibt vor allen dingen bitte gesund bis zum nächsten mal euer strike six nein nein